Dave Hamrein heute Abend reichtert an Bruno am Jungzüchter-Wettbewerb und am Jungcoachampionat. Kurz deine Meinung zu dieser Ausstellung. Ja, ich glaube im Vorfeld hat man sehr viel erwartet. Ich glaube die Erwartungen sind wirklich übertroffen worden. Absolute Traumausstellung mit Traumrinder. Kurzes Wort zu dem Rinder-Champion. Der Rinder-Champion, ich glaube der Matthias hat es gesagt in der Kommentierung. Absolutes Traumrinder. Extrem viele Feinheiten. Und sicher eine Friedensseidigerei am heutigen Abend. Und jetzt hat Matthias Süss gerade die Jungcoachampion gemacht. Die Jett Jelena. Das Wort zu dieser Superkuh. Er ist eine brutale Kuh, wenn sie in den Ring reinkommt. Mit ihrer Feinheit, mit ihrer Eleganz. Aber sehr, sehr korrekt in allen Einzelmerkmale. Wo sie dann der Vorzugsschüssigkeit, wo sie der andere doch noch einiges überlegen ist, ist Beckenausbau, Beckenneigung, Beckenbreitung. Die Stärkung der Mitteländer im Vorhanden und ein Extremes Wort. Und du hast den Vorhüterin, die super verbunden haben in mir. Extrem. Du bekommst keinen Finger rein. Das ist extrem. Super, herzliche Gratulation. Danke. 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 Danke.